Was geht ab, ihr Zocker, ihr Outlaws und, ach, ihr habt es schon erkannt am Titel, wir spielen jetzt die erste Runde Hot Outlaws and Legends. Das ist die PS4-Version, da ich nicht das Glück hatte, eine PS5 mir zu kaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist an sich wirklich cool gemacht. Es hat so starke Tempowechsel, also es ist qualitativ in Ordnung. Also sagen wir mal so, wie es ist, für den Preis bin ich mehr als zufrieden. Ist auch nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt euch jetzt ein paar Eindrücke machen durch die ganzen Gameplay-Szenen. Jetzt müssen wir aber erstmal den Trupp versammeln. Jungs, alle in der Reihe. Ich bin ein Ehrer. Junge, ich gehe nicht in eine Reihe. Seid ihr bereit? Wir wollen den Staat beklauen. Den König, nicht den Staat. Wie, wie, wieso hast du dich gekniet? Wie geht das denn? Mit R3 in die Hocke. Achso. Tutorial hat bei Danzi gut funktioniert. Ja, hat definitiv geklaut. Brawler Danzi, sind sie bereit, Schädel einzuschlagen? Ja, Mann. Assassine BK99-Gamer, sind sie bereit, Leute abzuschlagen? Nee, der Mark hat sich her der Ringe nach, wo er... Wenn Dings gegen Sauron kämpft und den Bekreis dreht. Russell, you spin me right round, baby. You spin me right round. Wenn der Hardroller macht uns das noch verrückter. Robin alias Robin, bist du bereit, mit deinen Pfeilen jedem einen schönen in den Blickwinkel zu schienen, dass sie ihn kommen sehen und hängen haben? So wie das klingt, nimmst du schon auf? Ja, klar, natürlich. Ich wünsche auch Gellox essen. Okay, wir sind bereit. Sprinten verbraucht Ausdauer. Nee, echt? Was? Sprinten verbraucht Ausdauer. Tschüss, der installiert das Spiel. Was, ist das wahr? Nee, nee, hier wird nix, das Spiel installiert. Aber habe ich schon erwähnt, dass das unsere erste Runde war. Und so genau sieht das auch aus. Also gönnt euch das ja auf jeden Fall. Achtung. Gegner. Warte, ich schmeiß den Stein weg. Ich kann ihn abschießen, ne? Okay, oder macht so. Dann stimmt euch ab, Jungs. Headshot. Gut gemacht, Mikey. Okay, Johnny, komm. Also Jungs, ich will ja nicht sagen, aber hier wäre ein Loch, wo wir hätten durchgehen können. Ja, ich bin da durchgegangen. Ja, jetzt mal was gesagt. Jungs, oben hier Gegner. Der Schott in unsere Richtung. Jawoll. Gut gemacht, Robin. Ey, ohne Witz, ich hab den... You have one game job. Ich hab den ins Gesicht geschossen und der hat das überlebt. Du hast, äh, übrigens, du hast in seinen Pfeil, äh, in seinen Bogen geschossen. Das ist der Sheriff. Robin, bitte nicht auf den Sheriff jetzt schießen. You cannot pass. Super, Alter, ich dachte, die machen das leise. Ich bin am Sheriff dran, ich könnte ihn gleich beklauen. Zu spät. Ich hör nichts sagen. Ich hab mehr hier gegner. Oh, no, 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 no. Ja, du hast den Sheriff... Lock den ja nicht zu mir! Was bist du für einer? Ich hab andere Probleme. Du hast den Spieler bei mir? Ey, Dansi. Warum hast du jetzt... Trophäe, Mann! Stille ist einfach! Okay, die sind bei C. Wo ist denn C? Ey, Jungs, Alter! Was ist denn los mit euch? Also, ich hab mich jetzt zurückgezogen. Ja, das hab ich gesehen. Du machst grad Heier, ne? Ich werd grad voll streckt. Ist keiner bei mir? Nein. Mikey ist da grad noch neben mir. Hilfe! Mikey, komm! Mikey! Lauf zu mir! Lauf, Mikey! Also, ich hab den Schlüssel. Ein paar Sekunden später. Das ist nicht der Beste! Nein! Wieso? Es geht nicht! Der andere Spieler ist hier! Oh, ich hab den anderen Spieler getötet. Aus Versehen mit Meuschelmord. Ah! Der stand direkt bei mir. Gott, sind wir schlecht, Alter. Ja, ihr! Ich werd abgeschossen. Du bist genau so scheiße. Ja, ich bin noch nicht gestorben. Ich werd aber jetzt von den anderen Spielern gefickt. Und ich hab den Schlüssel. Möcht ich nur mal betonen. Zwölf Sekunden später. Ja, toll. John, der Brawler hat mich. Okay, Jungs, ich bin grad A am einnehmen. Ab A. Ich hab meine Klocke aufgegeben. Willst du mich verscheißern? Schön. It's a trap! Alter, ich werd von der ganzen Truppe angegriffen. Ich kapiere jetzt selbst gegen drei. What the hell? Ey, warum lässt er dir in Ruhe? Äh, also hier unten ist ein Gegner direkt unter der Schatzkampf. Ich kann den nicht töten. Habt ihr Leben bekommen? Stayed no living in the net from Tim. Okay. Äh, Spieler. Ich hab keine Pfeile mehr und ich konnte die NPCs. Och, ich war von hinten assassiniert. Scheiße. Wie kam der denn da runtergekommen, Alter? Durch die Treppe in der Kirche kannst du links oder rechts die Treppe runterführen. Ah, da der Mikey. Hab einen. Wir haben die Schatzkiste schon mal. Nee, die haben doch das Gegner hat die Schatzkammer geöffnet. Die Kiste haben sie nicht. Ja, ja, die sind da, aber am campen. Ach so. Ja, ich hab'n Giftwoller. Der Brawler, glaub ich, ist ein Ulti-Gott. Ich hab'n Brawler weg. Ja, äh, vor mir ist der Robin Hood. Ich komme dann sie. Ich komme dann sie. Ich weiß, ich weiß. Ich hol' die Truhe. Hab die Truhe. Er ist richtig angehittert von mir. Hier ist er von mir. Ja, hab'n geblockt. Oh, Brawler bei mir. Wow, ich wurde angeschossen. Er geht nach mich los. Boah, ich werd von hinten getötet, Alter. Ich hab'n hier zwei Stück, Leute. Ich bin da, aber... Die sind auf mich, abgelenkt. Oh, fuck. Ja, bin tot. Ah, ich hab'n Ausdauer mehr. Mist. Die müssen die Punkte einnehmen, dann müssen die weiterlaufen. Spät, ey. Ich geh' zu C, mach' da Ärger. Och, nein. Alarm. Alarm. So, ich hab' C jetzt gleich eingenommen, Jungs. Wo ist die Truhe? Dein. Ich seh'n, der ist direkt vor mir. Rauch. Bei mir ist das Problem, ich hab' keine Munition hier irgendwo. Ich suche kurz eine Munitionskiste. Ich hab' den Brawler, aber der dahinter. Dann sieh'n, den müssen wir gleich aufhaben. Ich mach' auf. Okay. Der steht direkt davor, aufpassen. Da steht der schon. Der gerade Push. Ah, okay. Der ist an der Truhe. Wir sind zu dritt. Ja. Ich nehm' die Truhe mit. Hier ist noch der Wächter. Das ist der Sheriff, ja, den müssen wir nutzen. Ja, ich komm' nicht durch. Au, ich wurde angeschossen. Du kommst nicht durch, ich komme. Hier ist einer, Tim. Ja, ne, ich wurde assaziniert, sie ist hinter dem Tor. Dreck an der Truhe. Okay, ich komm' mit. Die Truhe. Ah, der Robin Hutter, ne, das war die Marion. Ich nehm' die Truhe. Ich bin auf dem Weg zum Gelb. Sprachen lernen, Babbel. Zum Gedenkgarten. Nein, ich wurde assaziniert von Robin. Ja, zu spät. Ich hab'n leichtes Problem. Ich kann die NPCs nicht. Nein. Oder ist das die Liede? Ich werd' beschossen. Ja, es geht zu uns. Wir haben den Weg. Deshalb mich, ich schick's dir. Hab' ihn. Huah. Und jetzt komm' her, Robin. Huah, Kopf ab. Ich hab' hier einen NPC und einen Spieler-Dien. Nein, nein, fuck. Ich hab' die Tür hier aufgemacht. Wer ist hinter dir, Tim? Doch, kein Bock. Also, hier ist Tür auf. Oh, da sind Gegner. Fuck, ich bin ein Deck von Wächtern. Ich schläg' die Längste von mir ab. Oder von der Ecke. Alter, wieso kann er mich mit zwei Schlägen zünden? Weil du nicht für Nahkampf gemacht bist. Du bist nur für Assassinieren oder für Dingens. Du musst den abknallen. Die sind schon an der Truhe. Kannst du markieren? Warte. Hier. Jo. Er sucht mich schon. Hab' ihn, Lanzi. Äh, die sind am extrahieren. Oder kommt zu mir. Ah, ich werde von hinten angeschossen. Ja, das können... Die können aber nicht winnen, gerade. Tim, die war, kommst du dir? Nee, die kommt... Ah, die... Die Schleier... Die Schleier-Tussi ist da. Ich hab' kein Leben, Alter. Die Hunde ist auch nochmal... Lanzi, der Maiki. Jawoll. Gut gemacht. Wer ist das? Der Gegner? Nein! Ich hab' angegriffen. Die Schleier-Tussi von Abwehr. Fuck. Boah, Alter. Aber ich muss sagen, das ist spannender als gedacht. Ah, nee. Das geht runter wieder. Okay. Ich winde. Also ein Balken ist für uns. Okay. Auf einen Punkt gewindet's schon, Jungs. Nice. Tim, ich komme. Okay, Assassine. Hab' ihn getötet. Ich winde jetzt. Ja, super, Danzi. Ich winde schneller. Man kann nicht assassinieren währenddessen? Nein, man kann nur angegriffen werden. Dann werden wir zusammen schneller. Okay, zu weit haben wir, Jungs. Da kommt die Assassine. Da kommt... Da kommen, ja. Markier doch mal. Da hinten irgendwo. Ja. Okay. Ich seh' sie. Ich winde weiter. Die kommt hier. Ja, direkt hinter der Kiste, Tim. Ich greif's an. Die wollte mich assassinieren. Hat nicht geklappt. Okay, ich winde mit. Gib dir Deckung weiter, Jungs. Der kommt wieder. Da kommt noch keiner, Tim. Hinter dir. Ja, wir winden jetzt. Wir sind fast am Ende. Vorher ist der Kontrollpunkt. Scheiße, ich bin... Weiter, weiter, weiter. Oh! Das hat weh getan, du Arschloch. Au! Wann kommt er unter mich? Ich bin doch nur ein scheiß Mystiker. Ich heil' uns jetzt. Oh! Ich bin tot. Lanzi hinter dir. Oh, Junge. Ja, ich hab' ihn. Ich mach' nicht viel Schaden, aber ich konnte ihn wenigstens auffassen. Ja, hat gepasst. Schnell, schnell winden, dann haben wir's. Da kommen zwei Stück, zwei Stück. Deckung. Boah, die eine. Die Assassine hat uns so im Blick. Wir brauchen die Jungs erst mal. Ach, du hast doch ein Gerät, ne? Ich bin doch... Ich hab sie! Ich muss halt komplett außen rumlaufen. Ja, ja. Mach. Oh, ich bin fast tot, ne? Tom, von der Seite. Äh, das Problem ist... Wisst ihr, wo da irgendwo ein Munitionskist... Mapp ihn! ... ist? Oh, ich klopfe! Ich hab gerade eine gesehen. Ich hab gesehen. Oha. Okay. Hinter euch, hinter euch. Lanzi hinter dir. Vorsicht. Ich komm hier voran. Fuck. Ich bin tot. Angettet. Okay. Kümmerst du dich drum, Robin? Dann werd ich das Winden machen. Oha. 15 Sekunden. Und ich zeig jetzt. Oh, du ist tot. Oh, fuck. Boah. Der Brawl ist bei mir. Oh. Oh, er hat mich. Durch meine Ausdauer. Ach, scheiße. Die haben das Entdeckung. Ach, schaffen wir haben die jetzt. Schaff ich die allein nicht. Die wenden zu zweit. Ja, und wer hat das jetzt eigentlich? Niederlage, die. Die. Niederlage. Das heißt, wir praktisch sind für die Arbeit gemacht. Super. Ja, cool. Die Frage ist, wie viel Kohle wir jetzt kriegen trotzdem. Ich muss sagen, gefällt mir das Spiel richtig gut. Und ja, also ich muss nur sagen, mit dem Tutorial, das ist ein bisschen zu kurz und nicht so elementar gehalten, dass man alles behalten kann. Man muss das vielleicht ein, zwei Mal gegen Bots im Trainingsmodus spielen. Ja, das geht übrigens auch. Und was haltet ihr es von Hood Outlaws & Legends? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde wahrscheinlich noch weiteren Content dazu bringen. Mich hat das Spiel persönlich schon überzeugt. Bis jetzt. Es kann noch schlechter werden. Eure Meinung dazu, wie gesagt, unten in die Kommentare dengeln. Ich sage jetzt noch Tschüss. Bis dann. Und habt noch viel Spaß, den Reichen die Kohle abzuknüpfen. Bis dann.